Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe zur Zeit alle Hoffnung in Lara steckt, dass ich das hier überlebe. Und es sieht nicht so aus, als ob es der Fall wäre. Oh Gott, also ich muss das mit dem Pendel anpassen, so dass ich durchlaufe, durch das Pendel durch und dann... Oh Mann. Geronimo! Okay. Ich bin da! Entschuldigung, ich bin jetzt ans Mikrofon gekommen. Ah, in das kleine Minipack komme ich zwar jetzt nicht mehr. Aber das ist mir zur Zeit gerade sowas von egal gewesen. Weil... Oh Gott, nee. Leute! Nein! Was mache ich da für einen Schwachsinn? Da sehen wir nochmal dieses wunderschöne Bildschirm, Ladebildschirm, äh... Ja. Egal. Wir wissen ja schon die Prozedur. Höchstwahrscheinlich ist dieses kleine Minipack sowieso nur... ...dazu da, um einen zu verwirren. Höchstwahrscheinlich ist sie zum nächsten Mal. Okay. Okay. Was habt ihr euch da denn schon wieder eingefahren lassen? Okay Also vollkommen unbeachtet das kleine Midi-Pack Ich habe aber auch genug zur Zeit, finde ich Wie soll ich dem denn ausweichen? Okay Das kleine Midi-Pack, das kriege ich so Übrigens wunderschöne Lava, muss ich sagen Und ich glaube, ich weiß, wie ich diesen Felsen austricksen kann Ich wusste es doch Ich habe aber eben gerade gespeßt, oder? Oh, egal Macht zur Zeit überhaupt keinen Sinn Da irgendwie jetzt Da irgendwie rumzukaspern, oder so Da kann ich hoch Kann mir mal einer sagen, wie ich das auskriege? Ich kann doch nicht daneben springen Geht doch nis Glauben wir doch Ah, Christel aber nur einen warmen Turm Okay, 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 okay Die große Pyramide Die hat es echt in sich, muss ich sagen Aber es gefällt mir, es gefällt mir wirklich Oh 1a Sollte ich vielleicht mal anpassen Mit dem Jumpen Und dann nochmal richtig springen Das wäre vielleicht auch von Vorteil So, ein zurück Hallo, warum wird so ein springen? Oder wartet mal Ich bin nicht ganz so weit Haha In secret Das Ganze ist nur für ein secret Okay Naja, ähm Ich könnte mal was anderes sagen Und zwar die Eine Zwischensequenz Darauf bin ich eigentlich noch gar nicht eingegangen Und zwar man hat Dort Qualopec und Tiho-Chan So wie Nattla gesehen Ähm Ja, es ist natürlich Oh oh Es ist natürlich Ziemlich merkwürdig Dass natürlich Nattla Als auch Tiho-Chan Und Qualopec dort waren Und Und Ja Oh Wo muss es denn lang Also ich würde sagen Erstmal, dass ich Ti Diesen einen komischen Dämon Da erstmal aus dem Weg räume Ja Man sollte auch Nicht gerade ausspringen Also Deathcounter ist mal wieder Super hoch Aber wisst ihr was Pfeift darauf jetzt Ehrlich gesagt Super 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 Stirb 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 Sehr schön Sehr schön Okay, das war Nattla you can't bump me and my bruise, so Wooh! Okay